Meine Mutter war überhaupt nicht so, deswegen ist das auch ganz schlimm, dass sie nicht mehr da ist, weil die war halt eigentlich sehr oft unerträglich mir gegenüber. Sie war immer so neutral und das ist so schwer zu ertragen. Distanziert und immer so, ich habe sie immer gefragt so, ja Mama, wie hat dir diesen Auftritt und das gefallen? Ja, war okay. Warum ist meine Mutter so böse zu mir? Ja. Mein Leben lang. Wer soll dich denn besser verstehen, wenn nicht deine Mutter? Sie hat es irgendwie nie verstanden, dass Erfolg nicht alles ist. Ich will viel abgült. Ich will viel abgült.